So, wir haben uns alle wieder zusammengefunden. Fast. Und irgendwo hab ich mich gerade selber gehört. Hallo, hallo? Ich weiß gar nicht wo. Egal. Nee, machst du was nicht. So, da rennt Lars los. Go, go. Lars hinterher. Hallo. Mario, hast du jetzt ne leere Wasserflasche in deinem Inventar? Komm doch mal kurz. Nö? LOL. Meine Wasserflasche ist despawned. Okay, dann passiert das wohl beim Force Feen. Es ist magisch. Magic. Fucking Magic. Henrik. Ja? Ach, seht ihr mich hier vorne? Läuft du da in der Wand? Ich bin hier von euch aus rechts vom Supermarkt. Nee, links von euch. Nee. Und hebst die Hand. Und du hebst die Hand, ne? Oder hat das das zumindest eben gerade? Ja, prima. Dann kommen wir mal zu dir. Bleib mal eben da. Da rennt einer auf der Straße. Das kann Mario sein. Hä? Nö. Hört? Straße? Äh, Dings. Nein, ha. Vorne. Da rannte eben irgendwas. Also hier an der Mauer war Henrik gerade. Also hier an der Mauer. Das klang falsch. Da vorne ist er. So, dann rennen wir mal zum Supermarkt. Oder hast du den jetzt schon leer gelootet? Nee, da war auch nichts dran. Da ist jemand. Ach so. Der schießt. Ich guck mal hier kurz ins Häusle rein, weil jetzt so langsam brauchen wir echt ein bisschen Scheiß. Aber hier ist kein Scheiß. Guck mal, das Krankenhaus oben ist irgendwie weg. Weg? Ja. Na, da sehe ich es gerade. Ah doch, da ist es noch. Okay. So, wo rennen wir jetzt alle schon wieder in verschiedene Richter? Also ihr könnt euch auch so. Entweder unten sind diese Wohnhäuser, dann ist da der Supermarkt, der leer ist. Und oben gibt es auch noch. Mario, du flitzt doch nicht gleich in jedes Haus rein, Mensch. Seil, habe ich gefunden. Ja, Seil. Den gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Oder? Ja, Mario ist ja schon wieder in irgendwelchen Häusern verschwunden. Alle Hendrik nach. Okay, komm. Direkt hinter euch, was ihr habt. Gibt es noch eine vierte Farbe vielleicht für Rucksäcke? Nee. Blau, Rot, Orange, Äh, ne fünfte meine ich auch natürlich. Rot und Orange? Stimmt, es gibt fünf. Und grün. Das wäre ja perfekt, ne? Ja. Durchaus. Perfekt wäre es, wenn wir mal andere Menschen treffen würden. Ja, irgendwie ist es doch sehr... Ja, mit der Feuerwehr-Axt. Zwischen die Augen. Klassischer Schädelspalter. So, und jetzt sind wir also... Nächste Etappe wäre halt östliches Airfield, das ist jetzt auch nicht mehr weit. Stimmt, das können wir echt machen. Das kann sich lohnen. Ja, aber ich denke, wir sollten wirklich erst für Nahrung und Trinken suchen. Ja, auf jeden Fall. Ich lauf jetzt mit gezogene Waffe rum, das heißt, rennt man nicht mehr so schnell. Okay. So, und ehe Mario jetzt wieder in irgendwelche Häuser verschwindet... Ja. Da schau her, Sargent Tontauberich. Ja. Der alte Sack der. So, wir gehen mal hier in das Bürogebäude oder was das ist rein, oder? Die ist hier. Das ist das, was wir immer Krankenhaus nennen. Ja gut, kann auch ein Krankenhaus sein. Oh, hier, ich habe einen Defibrillator. Der funktioniert nicht. Nee. Ja, ich habe ihn trotzdem gefunden. Scheiße. Also, haben wir auch schon Erfahrungen mitgemacht. Es sei denn, wir haben was vergessen. Also, habt ihr da vielleicht irgendwie... Nee, also den gibt's halt auch erst seit der Standalone, deswegen weiß ich nicht, wie der funktionieren sollte. Achso, was wir euch sagen können, ihr müsst auf jeden Fall eine Batterie reinlegen. Irgendwas gerade durch die Treppe jetzt laufen. Ja, zweite Etage bin ich gerade. Eine 9-Volt-Batterie oder eine andere? Also, ihr könnt die aus der Taschenlampe da reinhauen. Ahja. Das ist glaube ich eine 9-Volt, ne? Einer hat schon wieder Hunger. Alter, Fressack. Hm, Tor? Ah, klar. Nom, nom, nom. Tja, tja. Ja, irgendwie... Essen müsste ich auch schon wieder. Warum müsst ihr denn so wenig essen? Hier ist tatsächlich nicht viel, ne? Ja. Oh, hier immer noch einen Kompass? Nee, ich habe inzwischen einen. Im Pub steht noch eine große Spaghetti. Im Pub? Ah. Ja. Einen Feuerlöscher? Ja. Ich nehme den Feuerlöscher. Ah. Ah. Da muss nichts mehr. Da hat er schon wieder alles gelootet. Ja, den Kompass. Toll. Taubsauger-Looter. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ähm. Ich meine mit so einer großen Gruppe jetzt hier lang zu rennen und... und so ist... die kleinen Häuser hier am Rand am Weg angehen. Die Herde ist unser Schutz. Ist es wahrscheinlich wirklich so? Ja, wahrscheinlich. Funktioniert. Ja. Also wenn ihr uns hier mit mehreren... Ich sehe irgendwie schon wieder nicht. Ja, wir rennen jetzt auch gerade hier ein bisschen in die Häuser rein und so. Ja, aber da waren wir auch eben zu viert. Uh. Macht ja nichts. Wir haben eine grobe Richtung, oder? Oder haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Ja, das bin ich. Also ich würde sagen, jeder guckt mal, was er kriegen kann, oder? Und dann treffen wir uns gleich wieder anstatt, dass wir zu viert durch jedes Haus gehen, oder? Oder zu fünft. Ja. 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 Also... Ich meine, wenn uns dann jemand sieht, dann sind gleich auch alle von uns weg, wenn wir ganz rumlaufen. Da hat er recht. Wir müssen halt bloß immer gucken, dass wir uns wiedererkennen. Ja, genau. Wenn sich jemand was anderes anzieht, oder so, dann Bescheid sagen. Das hilft. Also gerade sowas wie Masken, oder sowas. Ja. Ja. Ich hab jetzt Schuhgröße 43. Ich hab mir mal so'n guten Hürdi angezogen. Nee, hab aber echt ne andere Maske auf. Fällt mir grad auf. Was denn? Ich hab jetzt so ne... Amerika-Maske auf. Stars and Stripes. Nein. Hilfe. Na, wird wahrscheinlich gleich respawnen. Hoffentlich. Ich hab so'n Saline-Pack gefunden. Ach! Sehr gut, mitnehmen. Herrgott, ich hab mich gerade vor einer Pflanze erschrocken. Gott, ne Vogelscheuche. Wer stöhnt denn jetzt hier? Bin ich das? Nee. Ich bin's nicht. Ich bin, äh, ein bisschen weiter weg. Gott, hoffentlich bin ich das nicht. Aber ich wurde auch nie getroffen, eigentlich. Scheiße. Ich hab noch nichts Schlechtes gegessen. Braucht noch irgendwer nen Hoodie? Gas-Kartusche. Was für ne Farbe? Schwarz. Ich hab jetzt übrigens nen grünen Regen-Poncho an, anstatt der engen Jacke. Schwarzer Hoodie badly damaged. Nee, das will ich nicht. Nee, das kann mir vorstellen, dass Sergeant Tontauber richtig Bock auf das Spiel hat. Oh ja. Motorradhelm. Wie ist das jetzt eigentlich hier als, als Vollpros, äh, wenn ich jetzt so nen Motorradhelm aufsetze, bringt mir das irgendwas oder bringt mir das irgendwo Abzüge? Das kann ich dir sogar beantworten. Ja, hab ich doch gehört in eurem Video. Irgendwas mit atmen oder so, ne? Also atmen zum einen, äh, das ist ne Vermutung. Das muss man ganz klar sagen. Und, ähm, was aber Tatsache ist, ist, dass sowas Schüsse abfängt oder abdämpft. Ja. Also ich hab das gesehen bei, äh, dem Stream haben sie den, einem Typen, hatte der Motorradhelm auf oder? Ein Motorradhelm? Irgendein Helm hatte der auf und dann haben sie ihn einfach mal in den Kopf geschossen. Und der hat's aber überlebt. Eben. Echt? Ja, ja. Womit haben die den in den Kopf geschossen? Mit nem Mosin, glaub ich. Oh. Ja, das sollte doch schon was sein. War das nem Mosin oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Schon ein paar Tage her, dass ich's gesehen habe. Hm. Äh, also... So zur Info, ich hab jetzt nen grünen Hoodie an. Ja. Wahrscheinlich den, den ich vorher hatte. Ach so. Braucht noch irgendwer nen Küchenmesser? Nein. Dann nicht. Die alle Dosenöffner, ja? Ne, aber ich könnte es tatsächlich gebrauchen. Weil ich hab Dosen da, aber nichts zum Aufmachen. Dann nehm ich dir das mit. Oh Mario, hier ist ne orangene Jacke, willst du die haben? Hatte ich sechs Plätze? Ne, leider nicht. Ne, leider nicht. Ne, leider nicht. Der mit der geilen Jacke. Ich hab ein raus-schweiß gestreiftes T-Shirt gefunden. Ja. Wer von euch läuft gerade an den grünen Häusern lang? Ich. Auf der Straße? Okay, erst gleich. Dann bin ich hinter dir. Moin. Äh, also hier ist ja nicht ganz so viel los, ne? Gehen wir mal lieber ins Stadtzentrum eher? Ja. Also hier, oder was? Also da unten? Mhm. Wo ist da unten? Die Teller haben sie entfernt, glaub ich. Das hab ich mir fast gedacht. Find ich ein bisschen schade, muss ich sagen, weil Stari ist jetzt weg, dann ist jetzt Bärenzino auch unattraktiv, mehr oder weniger. Ja. Ja, sind halt nur noch Städte, ne? Aber dafür haben sie es ja ein bisschen anders verteilt jetzt. Ja, aber das Problem ist, dadurch sitzen sie dann alle an so Hotspotpunkten irgendwie. Hm. Und warten da auf einen. War halt voll auch so. Ich hab einen gelben Regenmantel für irgendwen. Uhu. Gelb. Der hat ja sechs Plätze, ne? Oder was? Nein, auch vier. Ich bin doch nicht. Voll wählerisch. Ja. Ich weiß aber nicht, wo ihr jetzt seid. Ich bin jetzt bei irgendwelchen Reihenhäusern. Ja, ich bin auch, wie gesagt, in die Stadt gelaufen. Und ich forste hier die Reihenhäuser. Das würde ich das nicht nennen. Ne, ne, also ich bin schon richtig im Stadtbereich jetzt gerade. Wie sieht das denn aus? Wollt ihr jetzt gleich noch weiterlaufen zum Airfield? Ja, warum? Kann ich schon sagen. Ein bisschen Spannung reinbringen kann nicht schaden. Also... Airfield 1 auf jeden Fall zu erreichen. Ja. Also meine Festplatte ist leer. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber... Dementsprechend kann ich das schon noch ein bisschen aufnehmen. Und ich hab mir heute noch eine gekauft von dem Herrn P. Ich hör das Schritte. Ja. Boah. Ich bin gerade, äh... Naja, schwierig zu sagen. Ich bin gerade irgendwo. So. Okay. Jetzt wisst ihr alle Bescheid. Ach da. Ja. Ja, ja genau. Zeig ich doch. Green Cargo Pants. Ne, die werde ich mal nehmen. Grün ist geil. Ja, grün hilft. So, ich würd mich auch mal langsam verabschieden. Oh. Oh nein. Glaub ich los muss. Neun. Neun. Dann sind wir bald bloß noch zu dritt. Was heißt langsam verabschieden? Wie lange ihr jetzt aufnimmt? Zehn Minuten weg. Ja, weiß ich auch noch nicht. Bis wir keinen Bock mehr haben oder so. So. Ah, so langsam finde ich Essen. Das ist gut. Oh, es ist noch eine Feuerwehr-Axt. Braucht die jemand? Welcher Zustand? Na, badly damaged. Scheiße. Ich hör Zombie. Ich auch. Echt? Ich hör schon wieder wen stöhnen. Könnte durchaus ich sein. Bin ja gerade in so ein Haus rein. Die müssen aber auf jeden Fall schon mal, müssen welche gewesen sein. Die ganzen Türen stehen auf. Hm. Und das dritte Küchenmesser. Oh, das T-Shirt kann ich jetzt mal zerreißen hier. Oder war das Militärlager nie hier Lars und sondern nur bei... Bei Epoch. Epoch. Oder... Ne, Epoch war es ja... Da war es dann größer. Aber ich meine, bei normal war es auch mit drauf. Oh. Also zumindest dieses Zelte dann. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da ist er sich nicht sicher, merkst du? Ne, ne, ich bin mir echt nicht sicher. Bist du dich nicht sicher, Lars? Ne. Moin. Ach Gott, also wenn auch einer irgendwie Bandagen braucht, muss er mir mal Bescheid sagen. Hast du eine Altkleidersammlung, oder? Ich habe jetzt 13 Bandagen mit. Oh, naja. Ich bin ein Bandel in der Verbandskasten. Aber alle selbst gemacht. Ja. Läuft er auf der Straße gerade? Ich nicht. Oh oh. Feuerwehr-Axt in der Hand? Oh, der ist auf der Straße. Oh, der ist auf der Straße. Dann bin ich das. Ach so. Mit der Feuerwehr-Axt in der Hand? Ja, genau. Dann warst du das. Okay, Glück gehabt. Puh. Ich bin gerade umbolzen hier. Ja. Schon die Waffe gehoben. Ja, ich auch. Jikes. Komm her. Hier ist ein Brunnen auch hinter den Häusern. Ah, toll. Ich blute. Was? Zombie, oder was? Jo. Ja. Ich habe ihr dreimal auf den Kopf gehauen. Dann hat sie sich umgedreht, meine ich geknallt. Und dann ist sie umgefallen. Ja, so muss das. So, ich bin beim Supermarkt. Hey Lars, hier ist dein Stift. Was? Er ist sogar blau. Ach. Ach. Geil. Ich habe noch ein Bajonett gefunden. What the fuck? Ich habe eine Gaslampe gefunden. Gas. Eine Gaslampe. Braucht man sowas? Ja, wenn es dunkel wird. Aber ich weiß nicht, ob es hier dunkel wird. Nee. Momentan gibt es noch Tag- und Nacht-Server. Echt? Kein gewusst? Ja. Kein Zeitwechsel. Ganz am Anfang war es aber anders. Echt? Also ne, bisher ist das noch nicht passiert hier. Feuerholz. Ja, schade, dass man kein Feuer machen kann. Mhm. Tja. Ich habe ein Stück von der Karte gefunden, glaube ich. Das ist doch gut. South Eastern. Gaslampe. Ach, da bin ich jetzt auch. Ich bin leider nicht so viel zu trinken, wie ich haben will. Was? Ich habe noch gar nichts wieder gefunden. Wobei ich gerade mich schon am Brunnen voll gesoffen habe. Wo ist denn hier ein Brunnen? Äh, quasi hinter der Schule. Wenn du da durch die Häuser durchgehst. So, ich bin aber weg für heute. Ja, dann mach's mal gut. Und, äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Hau uns rein. Du hast nicht zufällig, äh, Tontauberich. Haha. Okay, bis dann. Jo, bis dann. Bis dann, tschüss.